Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute über das Mikrobiom reden, im Zusammenhang auch mit der Diagnose Krebs. Gibt es da Zusammenhänge und wenn ja, welche? Und wie kann man hier optimist wieder auf das Mikrobiom einwirken, sodass der Körper wieder seine eigene Mitte finden kann und dann eben auch die Selbstheilungskräfte stärken kann? Ich möchte dieses Thema mit einer für mich Mikrobiomexpertin besprechen. Sie ist wirklich eine Dame, die sich mit Mikroben hervorragend auskennt und Sie wissen ganz bestimmt, von wem ich rede. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen auch das Geheimnis lüften um meinen Gast. Es ist nämlich die Frau Dr. Med, Anna-Katharina Czocke. Herzlich willkommen. Gerne. Super, danke, dass du mit mir auch mal jetzt in eine Krankheit-Diagnose reingehst. Wir haben ja schon so vieles über Mikroben geredet und auch über das Mikrobiom. Aber heute im Zusammenhang mit Krebs, das haben wir noch nie gemacht. Für mich aber auch völlig klar, dass das alles zusammenpasst und eins ist und das muss angeschaut werden und es wird leider noch viel zu wenig beachtet. Ja. Deshalb möchte ich dich gerne bitten, mal loszulegen. Also ganz ehrlich, vermeide ich das Thema auch gerne, weil Krebs so ein Schlagwort ist und ein Mensch, der dann so ein Schlagwort ins Gesicht kriegt bei einer Diagnosenstellung, ist ja immer noch ein Individuum. Ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, mit einer eigenen Gesundheit, mit eigenen Beziehungen und dann wird dann so ein Wort da drauf gesetzt, ja, Brustkrebs oder Darmkrebs oder sowas. Und ich finde immer, dass man dem Menschen nicht gerecht wird mit so einem Wort. Ich glaube heute auch, dass das Wort so negativ assoziiert ist, dass es ein Nocebo ist, was meiner Erachtens eine ganz, ganz schlimme Wirkung hat. Ja, man assoziiert natürlich mit Krebs sofort Todesgefahr. Ja. Das hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass man Angst kriegt, das Immunsystem durch die Angst runtergefahren wird, man kriegt Panik. In der Umgebung verändert sich was. Die Menschen behandeln einen anders, wenn die Diagnose gestellt wird. Das kommt auch noch dazu. Davor hat man dann auch wieder eine Scheu, weil man das bei anderen vielleicht schon erlebt hat. Es gibt davon eine Kehrseite, die heißt Stopp. Also so, das ist ja auch ein Alarmsignal fürs Leben. Und die wird zu wenig beachtet für mein Empfinden, dass man hinguckt, wo im Leben ist denn eine Weichenstellung mal in eine Richtung gegangen, wo eine Sackgasse ist. Wo der Körper sagt, bis hier und nicht weiter, jetzt ist ein Maß überschritten, wo Gesundheit kompensiert werden kann. Also es hat die zwei Seiten. Und da ist es wichtig, dass dann da sehr, sehr liebevoll auf anderen Ebenen hingeguckt wird. Nur ist es so, dass wir natürlich trotzdem Diagnosestellungen haben. Das ist unsere Medizin heute. Und dann gibt es eine ICD-Nummer und dann kann man Statistiken erstellen. Und dann weiß man, wie viele Menschen welche Darm- oder Brust- oder Prostataerkrankungen haben, die man dann Krebs nennt. Und dann kann man wieder Rückschlüsse auf allgemeine Lebensqualitäten ziehen, die Aussagen ermöglichen, über gesundes Leben das vielleicht nicht dahin führt. Und wenn wir uns jetzt das Phänomen Krebs als allgemeines Phänomen mal anschauen und uns fragen, was passiert denn da eigentlich, dann ist es etwas, wo im Körper an irgendeiner Stelle, ob das jetzt die Haut ist mit Melanom oder woanders, die Zellordnung aufgehoben wird. Also wenn wir so als Menschen durch die Welt gehen, werden ja unsere Zellen permanent erneuert. Das ist, wir nehmen Nahrung auf, unregelmäßig übrigens, morgens, mittags, abends. Und das wird regelmäßig, also in eine regelmäßige Zellverwandlung umgesetzt. Das heißt, die Zellerneuerung, die roten Blutkörperchen alle 120 Tage, die Darmschleimhaut alle ein, zwei Tage, die Haut schilfert sich ab. Es werden ständig Zellen neu gebildet, alte Zellen werden abgegeben und der Mensch ist in einem Fließgleichgewicht. Wenn es jetzt eine Überaktivität gibt oder anders fangen wir an, wenn es einen Mangel gibt, dann gibt es eine Atrophie, dann fängt etwas an zu fehlen, dann fallen die Haare aus oder die Nägel wachsen nicht richtig oder die Knochen werden porös. Und wenn es ein zu viel gibt, dann wuchert etwas, dann gibt es vielleicht eine Hyperkeratose, die wir Psoriasis nennen. Es kann aber auch im Darm zum Beispiel zu einem Polypenwachstum kommen, was dann, wenn es noch weiter wächst und noch weiter wächst, wie abgetrennt wird von der inneren Ordnung des eigentlichen Organismus und dann nennen wir es Krebs. Das sind eigentlich Zellen, wenn man so aufs Phänomen drauf guckt, die angefangen haben, etwas zu machen, wo sie sich absondern aus der Ordnung des menschlichen Systems und auf eine narzisstische Weise sich jetzt nur noch vermehren und machen, was sie wollen, jetzt aus der Organisation des Körpers heraus. Und da kann man sich natürlich fragen, warum fängt an irgendeinem Ort im Körper das Zellwachstum an sich zu verselbstständigen und abzukoppeln von den eigentlichen Beziehungen, die einer Hautzelle sagen, wie man eine schöne rosa gleichmäßige Haut hat und dann plötzlich schwarz wird und dann Knubbel wird oder nach innen wächst und ein Wachstum annimmt, was wir dann Krebs nennen und wo man dann erschrickt, wo man denkt, Krebs, was ist Krebs? Und jetzt wollten wir ja aufs Mikrobiom hinschauen und uns fragen, welche Zusammenhänge gibt es? Da gibt es Zusammenhänge. Jetzt zum einen gibt es Studien, die zeigen, dass bei allen Krebserkrankungen tatsächlich eine Abweichung des Mikrobioms als Ganzes von dem durchschnittsgesunden Mikrobiom existiert. So jetzt mal allgemein. Diese Studien sind ja alle ein bisschen mit Fragezeichen zu versehen, was untersucht man und wie kann man wirklich Aussagen treffen, die dann für den Einzelnen auch eine Relevanz haben. Wenn es heißt, 90 Prozent Wahrscheinlichkeit ist das und das passiert, woher weiß der einzelne Mensch, ob er zu den 90 Prozent oder den 10 Prozent gehört? Also das darf man sich dann auch nicht einschüchtern zu lassen. Aber so hat man zum Beispiel festgestellt, dass bei einem Übermaß von Fleischkonsum durch das Mikrobiom im Darm, wenn es eine bestimmte Zusammensetzung hat, von den Phospholipiden Bestandteile abgespalten werden, die Zellwachstum im Darm übers Maß hinaus fördern, die dann aber gleichzeitig das Wachstum von Bakterien hemmt, die Ballaststoffe in freie Fettsäuren übersetzen, Buttersäure, Essigsäure und so weiter. Und diese Säure ist aber nötig, um das Darminnere sauer zu halten. Wenn das nicht mehr sauer ist, werden Enzyme aktiviert, die wiederum auch, die dann im alkalischen oder neutralen Bereich tätig sind, die auch wieder das Zellwachstum fördern und die gesunden Prozesse hemmen. Das heißt, wir haben es hier immer mit Regulationsphänomenen zu tun. Und es ist bekannt, dass bestimmte Bakterienzusammensetzungen, die ja bekanntlich durch die Ernährung gesteuert werden, dazu führen, dass das Zellwachstum über das Maß hinaus aktiviert wird. Sagen wir eine überwiegende Fehlernährung in der Bevölkerung, die ja auch dazu führt, dass wir, wie ich mal gelesen habe, sehr viele Menschen auch zu wenig Magensäure haben. Also das pH-Milieu stimmt schon nicht mehr. Also ist man ja eigentlich durch die Ernährung schon in dieser Schiene drin? Ja, wer sind wir? Ja, wir haben Seele, Geist, Körper. Unser Körper mit der Zellerneuerung wird dadurch aufrechterhalten, dass wir Nahrung zu uns nehmen. Und damit ist diese Verknüpfung zwischen dem, was ich in mich hineinnehme und was mit meinem Körper passiert, die muss man nicht beweisen, die ist unweigerlich da. Da wird gerne weggeguckt. Aber natürlich ist das, was ich täglich zu mir nehme, genau das, was jeden Tag etwas mit meinem Körper macht. Das zu mir nehmen kann die Nahrung sein, können aber auch Gedanken sein, können Bilder sein, können Emotionen sein, kann in anderer Mensch, können Lebensumstände, toxische Substanzen aus dem Wasser, aus der Luft und sowas sein. Das weiß man auch alles, dass diese Dinge einen Einfluss auf den Krebs haben und krebsauslösend sein können. Also jemand, ich habe neulich jemanden gesprochen, der da auch erhebliche Schwierigkeiten hat, der in seinem Haus, das war ein Holzhäuschen, sehr malerisch gelegen, was er dann wegen Mückeneinfluss und wegen aller möglichen Insekten, die da waren, mit entsprechenden Mitteln präpariert hat und sich da völlig mit vergiftet hat und darin gelebt hat jahrelang, bis er dann merkte, er kriegt die Probleme und jene Probleme und dann hat man das erst festgestellt. Das kann man sich denken. Also alles, was giftig ist, ist giftig, auch wenn es in kleinen Mengen vorkommt. Grenzwerte sind ja ein Witz, wenn man sagt, es dürfen so viele Pestizide sein. Es gibt es gesund bis zu diesem Moment und darüber ist es dann giftiger. Ja, das ist weder zutreffend für die einzelne Person, weil du hast schon eine andere Körperstatur als ich, hätten wir schon mal einen unterschiedlichen Grenzwert. Also diese ganzen Grenzwerte, die sind sehr fragwürdig. Das heißt, Gift in der Nahrung sollte null sein, um für uns gesund zu sein. Und dann ist es ja wichtig, dass die Nahrung im Gleichmaß ist, damit das Mikrobiom, also die Gemeinschaft der Mikroben, auch in einer vielfältigen Weise bespielt wird. Das Mikrobiom ist ja wie so ein Klavier, auf dem die Ernährung spielt. Und wir vermehren in uns selber die Mikroben, die wir ernähren. Und dann kommt es, wenn es also über diese vielleicht einseitige Ernährung mit viel industrialisierten, vielfach verarbeiteten Lebensmitteln mit wenig Ballaststoffen, Ballaststoffe sind ja eigentlich die Anteile von der natürlichen Nahrung, die unsere Bakterien füttern. Und beim Getreide werden sie dann weggeschält. Das ganze Korn hat Futter für meine Körperzellen und Futter für meine Bakterien. Und dann mache ich ein Weißmehl draus, dann ist das Futter für die Bakterien weg. Ich habe nur noch, auch ziemlich egoistisch, Futter für meine Körperzellen. Nur die Körperzellen alleine können ohne die Bakterien nicht leben. Aber ich füttere auch die Zucker-Junkies-Bakterien im Darm, oder? Wenn das noch dazu kommt. Und wenn ich aber dann einen Ballaststoffmangel habe und diese Fettsäuren nicht freigesetzt werden, weil die Ballaststoffe durch die Bakterien im Dickdarm in Fettsäuren umgesetzt werden, und habe diese Verschiebung, dann habe ich natürlich auch das Phänomen, dass der Stuhl weniger weich und geschmeidig ist. Er wird trockener, er wird härter. Er verweilt dann auch länger an den verschiedenen Abschnitten im Darm, sodass das, was dann toxisch da drin ist, auch noch länger einwirkt auf die Zelle. Und wenn ich dann nachhelfen würde mit den allen möglichen Varianten von Abführmitteln, die es dann gibt, die man dann in seiner Not nimmt, dann sagen alle Studien eindeutig, die Zusichtnahme von Abführmitteln erhöht das Krebsrisiko. Und dann zieht man das Pferd besser nicht mit dem falschen Zaumzeug von hinten auf, sondern guckt sich an, was braucht der Mensch. Der braucht eine ganze Nahrung, damit seine Bakterien auch versorgt sind. Er braucht ausreichend Bakterienversorgung für sein Mikrobiom. Und ein geschmeidig machen des Stuhles durch künstliche Mittel ist nie der Weg, um ein Problem zu lösen. Das ist wie wenn man im Auto geht die Öllampe an und ich sage, das stört mich, ich klebe ein Kaugummi drauf. Dann ist die Lampe auch aus. Aber dann geht irgendwann der Motor kaputt. Das heißt, wenn zum Beispiel Stuhlveränderungen vorliegen, die wirklich lästig werden und nicht erklärbar sind mit dem Rhythmus von Nahrung, meinetwegen ich habe jetzt nur noch, ich habe einen Tag nur Bananen und Schokolade gegessen und so, dann kann ich mal Verstopfung kriegen. Die ist dann ernährungsbedingt, die ist am nächsten Tag wieder vorbei. Wenn das ein chronisches Phänomen ist, ich spreche jetzt viel über Darmkrebs, weil das eben einer der häufigsten ist und weil es eigentlich egal, fast egal ist, wo der Krebs ist, es ist immer der ganze Mensch betroffen, das ganze Mikrobiom, dass man dann wirklich gut guckt, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass mein Mikrobiom, also die Mikroben, die im Körper mit dabei sind, auch alle wirklich so wieder in die Aktivität kommen, dass das Gleichmaß zwischen Körperzellen und bakterieller Arbeit wieder hergestellt wird. Und da gibt es natürlich dann verschiedene Wege. Wichtig ist als erstes mal den Blick drauf zu haben, zu sagen, aha, der Mensch hat ein Mikrobiom, Mikrobiom als Gemeinschaft aller Mikroben, da gehören die Pilze dazu, da gehören die Viren dazu, die Bakteriophagen dazu, die Parasiten dazu und da können ja auch zu viel von sein im Körper zum Beispiel, das auch Krebs auslösen, zu viel Parasiten. Man hat ja lange Zeit gedacht, man würde für jede Krebserkrankung ein auslösendes Virus finden. Und hat dann immer gesucht, welches Virus löst den Krebs aus, weil man ja sagt, dass eine Krebserkrankung eine Fehlsteuerung ist durch genetische Information. Und hat gesagt, ja, genetische Information ist in dem Virus drin, also Virus macht Krebs. Und hat dann jahrelang gesucht und einzelne Zusammenhänge statistisch hergestellt. Aber unterm Strich kann man nicht sagen, dass es ein Virus gibt für jeden Krebs. Das ist also eine Forschungsrichtung gewesen, die nicht erfolgreich ist. Und dann guckt man jetzt, weil die Mikrobiom-Forschung so modern geworden ist, ob es vielleicht Bakterien sind, die Krebs auslösen. Und dann gibt es so alberne Dinge, Entschuldigung, wenn ich das so sage, jetzt hat man elf krebserregende Bakterienstimmer benannt. Und von zehn hoch zwölf bekannten Mikrobenstämmen sollen zehn hoch zwölf, eins mit zwölf Null, so viele Bakterienstämme, die man kennt, sollen jetzt elf krebserregend sein. Das wird man dann wahrscheinlich auch wieder fallen lassen. Wir sind wieder im Teilen und am Aufteilen. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, dass man sowieso immer den Menschen als Ganzes anguckt und auch das Mikrobiom des Menschen als Ganzes anguckt. Ich habe das ja in meinem Buch Natürlich heilen mit Bakterien tatsächlich ausführlich so geschrieben, dass jeder dann für sich das umsetzen kann im Alltag. Wo bin ich mit meinen Alltagsgegebenheiten in Kontakt mit meinem Mikrobiom? Was mache ich eigentlich jeden Tag mit meinem Mikrobiom und merke es gar nicht und weiß nicht, was ich tue? Und wie kann ich das anders machen, sodass ich auf der mikrobiellen Ebene gesund lebe? Das ganze Mikrobiom muss gesund sein. Ich habe mir diesen Satz noch aufgeschrieben, bei Krebs ist der ganze Mensch betroffen. Das fand ich ganz schön. Denn letztendlich ist ja das Mikrobiom so für alles mitverantwortlich, von Kopf bis Fuß. Und auch wenn jetzt irgendwo ein Krebs entsteht, das ist der ganze Mensch zu behandeln, wie du so schön gesagt hast. Aber fassen wir zusammen, eine giftfreie Ernährung, aber ballaststoffreich. Und aus diesen schönen Ballaststoffen können die guten Bakterien wunderbar gedeihen und eine schöne, wie hast du gesagt, Fettschicht aufbauen. Meinst du jetzt den Biofilm? Ja. Also wir haben ja innerlich an allen Oberflächen, die den Kontakt zur Außenwelt haben, im Mund, in der Speiseröhre, Magen, Darm, im gesamten, wir sagen Verdauungstrakt, das klingt so technisch, aber es ist halt der Fachbegriff, haben wir innerlich diese Schleimausschichtung, die bewohnt ist als Biofilm. Da haben wir eine Sendung schon drüber gemacht, über den Biofilm. Ja, ich möchte unbedingt diese Folie kurz zeigen, weil ich fand das so schön. Deine Regentonne, wo oben so wie so, ja. Nicht oben, sondern an der Wand, an der Grenzfläche zwischen fest und flüssig. Jawohl, genau. Und an den Grenzflächen siedeln sich die Mikroben an, als Gemeinschaft geben Schleim ab, im Körper machen das die Becherzellen, auf Reize der Mikroben hin, da ist Ackermansia, Mucinifina und Fäkali-Bakterium-Prosnizii, die kann man im Labor bestimmen lassen, ob die vorhanden sind und in welchem Ausmaß die vorhanden sind und ob sie einen anständigen Kitzelreiz auf diese Becherzellen geben, die den Schleim abgeben. Dann kommt so ein Schleim, das ist so wie unsere Darmschleimhaut besetzt ist, eigentlich die Oberfläche, die Grenzfläche zwischen Körperzellen und Speisebrei, der da ja schon eine Creme sein sollte, bis er da angekommen ist. Diese Grenzfläche wird von einem Biofilm besiedelt, sagt man ja. Da lebt dieser dynamische, schleimige Raum, in dem die Mikroben sesshaft geworden sind und nach unten ist ja dann zum Körper hin gedacht, einen anderen Stoffwechsel machen können als zum Darminneren hin. Und dieser Schleim, diese dünne Haut, die wir da in uns tragen, wir sind ja innerlich viel dünnhäutiger als nach außen, das darf man auch nicht vergessen, die ist wie so ein Feinfilter, wo alles, was mit der Nahrung ankommt, angeschaut wird und durchgeführt ins Körperinnere. Und hier ist es letztendlich das Gleiche, das Wasser wird erhalten, es wird nicht schlecht, es wird, dass das Leben erhalten bleibt. Ja, die Mikroben, die in diesem Biofilm, der an der Außenwand der Regentonne sich gebildet hat, wohnen, machen einen Stoffwechsel, der dafür sorgt, dass das Wasser ständig geklärt wird. Das ist eben das Wunder. Deshalb wollte ich es ja nochmals zeigen. Hier sieht man auch den Boden vom Meer, oder? Genau. Wo auch so ein Film drauf ist. Genau, das sind die sogenannten Stromatoliten, wo ein Biofilm sich gebildet hat, der aus dem Meerwasser Mineralien entnimmt. Der Biofilm als Ganzes heißt, die Gemeinschaft der vielen Mikroben, die da zusammenarbeiten, die untereinander kommunizieren, die miteinander sich verständigen, einen Gradienten bilden und die Mineralien aus dem Wasser aufnehmen können und verdichten, sodass dann unten drunter feste Substanz entsteht. Und diese feste Substanz wächst dann mit diesem Biofilm obendrauf und wird ja dann irgendwann richtig fest. Und ich finde es immer so spannend, die Parallelität zu sehen zwischen Erdentstehung, weil das, was da festgeworden ist, das ist... Selbe bei uns, oder? Und unsere Entstehung, unsere Gewebeentstehung. Also das sind Grundprinzipien auf dem Leben auf Planet Erde, die sich im Großen und Kleinen wiederholen. Und diese Intelligenz eines Biofilms, die muss man erst mal nachmachen. Die sitzen da und arbeiten, kommunizieren alle miteinander, sind dicht nebeneinander Räume, die Aerobstoff wechseln, Anaerobstoff wechseln, Gasbläschen dazwischen, angereicherte Substanzen. Und wer steuert das? Was passiert da? Und diese Einsicht, dass da etwas ist, was außerhalb unseres Kontrollvermögens ist, was man auch nicht erforschen kann. Denn in dem Moment, wo ich ja eingreife, ist es ja schon vorbei. Das ist mit den Mikroben sehr häufig. Deshalb ist es so schwer, Aussagen zu treffen. Denn wenn ich etwas untersuche, wo Mikroben sind, und greife da rein, ist es ja schon nicht mehr das, was es war. Das ist ja zum Beispiel so, dass diese Laborbakterien diese Biofilmbildungsfähigkeit verloren haben. Also wenn ich Bakterien im Labor züchte, um damit zu arbeiten, haben die die Fähigkeit verloren, Biofilm zu bilden. Die werden, so ist es wie im Gefängnis, das werden so Individualisten, die können noch ihr eigenes Ding machen, aber es fehlen die Nachbarn, es fehlt die Kommunikation mit den anderen Stämmen und dann passiert halt was anderes. Und alles, was im Körper die Kommunikation der Mikroben unterbricht, da gehört auch Elektrosmog dazu, da gehören also alle möglichen Schwingungsphänomene dazu, unterbricht die Fähigkeit des Organismus, sich selbst wieder zum Gesunden zu regulieren. Also das Mikrobiom als Ganzes ist ein Ordnungsprinzip, das uns Menschen hilft, dass alle Zellen an ihrer Stelle das tun, was sie tun sollen und dich plötzlich mit dem Nachwachsen hier eine Nase wächst und da ein Ohr. Oder im Darm eben ein Polyp, der dann irgendwann so gewachsen ist, dass er Blumenkohl bildet und dann sich verselbstständigt. Heißt ja so schön, der Tod sitzt im Darm. Das war immer so ein Zitat. Wer war das eigentlich? Ach, das wird immer weiter zitiert. Da gibt es so viele Zitate, die nicht stimmen. Das heißt ja auch immer, lass deine Nahrung deine Heilmittel sein und deine Heilmittel, deine Nahrung, das wird dann immer von Hippokrates zitiert, steht überhaupt nicht bei Hippokrates. Ja, es wird ihm nachgesagt. Ja, ja, ich habe das ja auch in dem Buch da, die effektiven Mikroorganismen bin ich mal. Aber wenn ich jetzt das so sehe und eben jetzt auch dieses Bild von dir vermittelt bekommen habe über diesen Biofilm, dann ist natürlich Biofilmabtrag mal sicherlich eine Katastrophe, weil das ist ja das wahre, wichtige Leben, das uns am Leben hält und letztendlich auch eine Balance hält. Aber ich muss schauen, dass dieser Biofilm gestärkt wird, wenn ich irgendwo in eine Unordnung stecke, eben durch die Nahrungsmittel einerseits und auf der anderen Seite eben auch durch ballaststoffreiche Nahrung, wie du gesagt hast. Ja, über die Ernährung, über die ballaststoffreiche Nahrung, aber es kommt ein wichtiger Aspekt dazu, Konflikte und Stress reduzieren indirekt auch diesen Biofilm. Ja, ich konnte das noch bringen, die psychische Ebene, ja genau. Ja, aber rein auf der Ernährungsebene ist es tatsächlich so, dass alle bakterienhemmenden oder bakterienbeseitigenden Maßnahmen, also ein Mundwasser, ein alkoholisches, was ich immer nehme, um den Mundraum zu desinfizieren oder auch eine ständige Händedesinfektion hat einen Einfluss auf das gesamte Mikrobiom. Man kann nicht irgendwas am Körper tun, ohne dass das gesamte Mikrobiom das mitbekommt. Ja, und wenn ich immer an einem Teil des Körpers etwas tue, was Bakterien bekämpft, gibt das ein Signal ans gesamte Mikrobiom und schwächt es insgesamt. Das heißt, das sind Dinge, die man dann wirklich definitiv mal weglassen kann, wodurch man das ersetzen kann, habe ich ja in meinem Buch geschrieben, natürlich mit Bakterien und viele dieser Zusammenhänge. Das ist mein Lieblingsbuch. Genau, da hatte ich wirklich zu allen möglichen Krankheitssituationen immer einen Schlüssel, ein Ansatz, wie ich da mit dem Mikrobiom arbeiten kann, aber auch eine Mitteilung, was ich alles verzichten müsste oder sollte. Ja, das sind ja Dinge, die man dann durch etwas Besseres ersetzen kann. Es geht nicht nur um Verzicht. Dann gibt es ja noch das Buch Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit, wo speziell die Zusammenhänge zwischen Darm und den ganzen Körperzellen, Immunzellen, Gehirn, Ernährung, Unverträglichkeiten und sowas ausführlicher noch beschrieben sind. Es wird meiner Meinung nach noch viel zu wenig Bedeutung in dieser Art von Heilungsweg in Ergänzung zu Weißgott was allem, aber letztendlich ist dieser Heilungsansatz meiner Meinung nach noch viel zu wenig besprochen worden. Er müsste vor allen Dingen als Vorsorgemaßnahme umgesetzt werden. Das ist ja nicht nur eine Therapie, das ist auch eine sinnvolle Vorsorge, weil eigentlich das, was wir Krebszellen nennen, ja permanent im Körper irgendwie entsteht und auch abgebaut wird durchs Immunsystem. Und das Mikrobiom reguliert das Immunsystem. Also die Bakterien gehen konkret in Kontakt mit Zellen, weißen Blutkörperchen, die die regulatorischen T-Zellen aktivieren. Das sind die, die die Balance im Immunsystem immer wieder anregen. Zwischen zu viel Entzündung, zu wenig Entzündung. Diese Balance wird durch regulatorische T-Zellen, also wie so ein Mobilin, angerichtet. Und diese T-Zell-Aktivität wird durch das Mikrobiom aufrechterhalten. Und indem ich eine industrialisierte Nahrung, also wirklich vielfach verarbeitet mit Zusatzstoffen, mit Farbstoffen, mit Konservierungsstoffen zu mir nehme, beeinträchtige ich mein Mikrobiom in einem Ausmaß, dass das nicht mehr gut möglich ist. Und dann kommt es zur Einseitigkeit und Krebs. Und das ist inzwischen landläufig bekannt, aber es ist natürlich unbequem. Da kann man nicht einfach das Billigste im Supermarkt kaufen. Da ist es wichtig, dass man sich selber wert ist, dass man sich biologisch ernährt. Weil dieser Schleim entwickelt sich durch das, was ich esse und auch durch das, letztendlich durch mein Bewusstsein, durch meinen Stress. die äußeren Einflüsse und die Einflüsse aus meiner seelischen Ebene, die machen meinen Film. Ja, der Stress des Menschen, insbesondere innere Konflikte, die länger andauern oder Schockereignisse mit Konflikt, die länger zurückliegen, können nach 10, 15 Jahren eine Krebsdiagnose mit sich bringen. Also wenn jemand heute eine Diagnose kriegt, dann ist die Ursache womöglich 10, 15 Jahre zurück. Und dann ist es wichtig, hinzugucken. Und ich habe viele Gespräche gehabt mit Menschen, die erst mit der Diagnose Krebs überhaupt ernsthaft in ihrem Leben mal hingeschaut haben. Es blieb das Gleiche, oder in der Not fangen wir an, etwas zu verändern, oder? Ja, und also eine ganz liebe Frau hatte mich mal sehr beeindruckt, weil die glücklich war von dem Moment ab, wo sie die Diagnose hat. Die war ihr Leben lang immer nur für andere da. Die war so aufgewachsen, dass sie nicht anders konnte, als für andere da zu sein. Die hat sich permanent aufgeopfert, bis sie eine Brustkrebsdiagnose hatte. Und dann durfte sie endlich tun, was sie wollte, weil sie musste nicht mehr für die Eltern, für die Familie, für die alle da sein. Es wurde endlich respektiert, dass sie ihren eigenen Weg gehen darf. Die musste jetzt nicht mehr über all dies und das nehmen. Die ist aber damit tatsächlich in den Tod gegangen. Das hat mich erschüttert. Die hat noch, die hat zwei, drei glückliche Jahre gelebt, wo sie dann gemalt hat, getanzt hat, alles Mögliche, was ihr Spaß gemacht hat. Endlich durfte, durfte sie das. Sie hätte es natürlich vorher gedurft, aber der Druck, der soziale Druck war so groß, dass sie das nicht geschafft hat, weil es der Druck von der Umgebung einfach so massiv war. Ich habe auch schon den Satz gehört, das Umfeld, wo man krank geworden ist, kann nicht das gleiche Umfeld sein, um wieder gesund zu werden. Schwierig. Jedenfalls ist die Diagnose der Moment, wo man wirklich hingucken darf und sagen, Moment, wofür bin ich eigentlich hier? Was ist mein eigentlicher Lebenssinn? Und was will ich wirklich? Das Leben ist ja eigentlich kurz und ziemlich wertvoll. Und was will ich wirklich in meinem Leben? Und es gibt ja Menschen, die dann wirklich alles über Kopf gestellt haben, gesagt haben, Beruf an Nagel gehängt, mit dem Fahrrad durch Amerika gefahren oder sonst irgendwie, die dann schlagartig wieder, schlagartig, aber die dann wieder komplett gesund geworden sind. Ja, solche Fälle gibt es viele. Ja, ja, tatsächlich. Jetzt ist es noch ein Aspekt ganz interessant. Man hat Krebstherapie tatsächlich auch schon vor knapp 100 Jahren mit Bakterien betrieben. Und ich erwähne es nur deshalb, weil es heute auch noch Ansätze dazu gibt. Und da hat man Patienten, also die Beobachtung, die dahinter stand, war, Patienten, die Krebs kriegen, haben lange Zeit vorher keinen Fieber mehr gehabt. Und dann gab es die sogenannte Fiebertherapie. Wilhelm Busch war, das war ein Professor in Bonn, 1928, glaube ich so. Oder war das nicht 1868? Ich weiß es gerade nicht genau. Das muss ja im 19. Jahrhundert gewesen sein. Hat jedenfalls diese Fiebertherapie dann installiert. Und da gab es dann Patienten, die in einem Bett immer Erysipel kriegten. Dann hat er Krebskranke in das Bett gelegt, damit die auch eine Entzündung kriegten und dann hochfieberten und hat damit Heilerfolge erfordert. Und das wurde dann nach Amerika transportiert und mit Serratia marzetskens und Streptococcus dann Fieber ausgelöst. Und es gibt heute meines Erachtens noch eine Therapie in Bad Aibling, eine Klinik bei Bad Aibling, die diese Hyperthermie macht und das eben auch macht mit Vakzineurin, glaube ich. Das ist eben immer noch dieses bakterielle Mittel. Und man muss ja nicht warten, bis man Krebs hat und sich dann eine Hyperthermie mit Bakterien zu geben, sondern es ist ja hilfreich, sich vorher mit dem Thema zu beschäftigen, nicht nur mit dem Thema, was will ich im Leben und bin ich wirklich in einem Leben, das mir gut tut. Und wenn nicht, ist jetzt der Zeitpunkt, sofort was zu ändern und nicht zu warten, bis der Ruhestand kommt, die Kinder aus dem Haus sind. und dann hat man möglicherweise seine Diagnose. Sondern, dass man sich frühzeitig um sein Mikrobiom kümmert, meine Bücher liest, dafür habe ich das ja alles geschrieben, die Interviews von uns, die früheren auch nochmal anguckt vielleicht, da ist ja viel Information jetzt zusammengekommen. Und dann dafür sorgt, dass man mikrobiell gesund ist, dass man sich wirklich richtig gut ernährt mit viel frischen Sachen. Mikronährstoffversorgung ist auch wichtig, damit die Zellen nicht außer Rand und Band gehen. Echt aushungern. Einen Mangel leiden. Und wenn man eine Krebserkrankung hat, dass man dann wirklich auf dem breiten Spektrum arbeitet, auch mit den üblichen onkologischen Therapien. Also das schließt sich nicht aus, weil die onkologischen Therapien, also die Checkpoint-Inhibitoren zum Beispiel, die greifen auch ins Immunsystem ja in einer Weise ein, die mit dem Mikrobiom verzahnt ist. Und manche Therapien wirken besser, wenn das Mikrobiom stabil ist. Dass man das bedenkt, dass man sich nach dem Ende das ganze Biologische macht mehr Angst und der Onkologe weiß schon, wo es lang geht. Sondern man weiß, man kann das kombinieren. Bestrahlungstherapie, Chemotherapie, diese ganzen Therapien kann man machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass es dem Mikrobiom gut geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die sich gleichzeitig darum kümmern, dass die Bakterien schlucken und sowas, die Therapien auch besser vertragen. Die sind ja sehr eingreifend. Also, dass man wirklich in jeder Phase, die irgend mit Krebs zu tun hat, bevor man ihn kriegt, wenn man ihn hat und wenn man diagnostiziert, das Mikrobiom berücksichtigt, das einfach im Bewusstsein hat, Moment mal, da sind die Mikroben, die helfen mir ständig, meinen Körper ins Lot zu bringen und ich kann ganz viel tun. Und die leiden natürlich auch bei einer Krebs, bei einer Chemotherapie oder bei einer Strahlungsmedizin. Also, dass man dann natürlich noch vermehrt auf das Mikrobiom achtet und schnell wieder die Selbstheilung zu fördern und zu steigen, ist selbstverständlich. Wird aber leider nicht so oft betrieben. Also, ich weiß jetzt nur, gerade auch bei Darmspiegelungen, was da alles gemacht wird und letztendlich wird das Mikrobiom nicht gleich wieder angesetzt oder unterstützt, sondern das ist schade, weil diese Weisheiten gibt es und man weiß die Zusammenhänge und da plädiere ich eigentlich immer wieder darauf, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander arbeitet. Wie die Mikroben das tun. Gegeneinander wird man krank. Miteinander wird man gesund. Und wenn man eine Therapie auf ein Gegeneinander baut, dann ist das Gesundwerden nur relativ. Weil eine Krebserkrankung ist auch immer ein inneres Gegeneinander. Da hat man an irgendeinem Punkt seines Lebens sich gegen sich selbst entschieden. Manchmal sogar unbewusst. Und es ist nicht dem gefolgt, was von innen her der eigentliche schöpferische Impuls der Seele ist. Wir leben ja auch in einer Welt, die einem das wahnsinnig schwer macht. Wir fangen ja im Kindergarten an, die Kinder zu programmieren darauf, dass sie nicht mehr ihre Wahrnehmungen ernst nehmen können und werden dann, das ganze Leben ist ja ein einziges programmiert werden. Und dann irgendwann hat die Seele mal eine Not. So mit 30, 40, 50, 60 ist dann die Zeit, da kann man das nicht mehr kompensieren. Kannst du mir vielleicht noch eine Homepage nennen, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer sicher mal noch ein bisschen in die Inhaltsverzeichnisse deine Bücher einlesen können, um zu sehen, ob das eine oder andere Thema für Sie und für Ihren Weg zur Heilung oder zur Gesundheit von Nutzen wäre oder von Bedeutung? Also ich habe auf meiner Website www.darmbakterien-buch.de die Inhaltsverzeichnisse meiner Bücher alle mit reingesetzt. Da kann man die Inhaltsverzeichnisse angucken. Es gibt noch keinen Trailer, wo ich die Bücher mal in die Hand nehme und die Unterschiede erkläre dazu. Da sind im Übrigen auch unter Videos einige Videos auch von uns hier zu finden. Es sind auch andere Texte noch. Es sind Teil auch Veröffentlichungen drin. Also da kann man einiges finden. Und wenn man sich jetzt über eine Mikronährstoffversorgung informieren möchte, kann man unter www.vitamine-mit-herz.de mal gucken, wie man sich zusätzlich versorgen kann mit einer Vollversorgung von Lebensmitteln, die eben gesund sind. Ich bin gerade im Inhaltsverzeichnis drin von diesem, das sage ich immer noch, das ist mein Lieblingsbuch. Natürlich heilen mit Bakterien. Ja, es ist einfach so total auf den Mensch auch bezogen. Dann habe ich neulich eine Mail von jemandem gekriegt, der völlig entfesselt war, sagte, liebe Frau Dr. Jocke, das muss ich Ihnen treiben. Ich habe das Buch geschrieben. Ich war völlig von den Sorgen. Dieses Buch müsste in jedem Haushalt liegen. Ja, ich glaube es eben auch. Deshalb hat es mich auch so angesprochen. Es ist einfach perfekt. Und wir sollten uns viel mehr mit diesen Themen beschäftigen. Und das war, herzlichen Dank für dieses weitere Gespräch in Bezug jetzt auf Krebs, was wir eigentlich wirklich auf diesem Biofilm einfach wirklich mit Hochachtung und Dankbarkeit, Demut klicken dürfen. Ja, weißt du, es geht ja um die Liebe zum Leben. Ja. Und auch die Liebe zu sich selbst und die Liebe zum eigenen Lebensweg und der Seele. Dass man diese Ebenen, das ist nicht nur der Körper, es ist auch die Seele und der Geist. Und da geht es um Zuwendung und Selbstfürsorge und so. Und das ist ganz wichtig. Das Mikrobiom reagiert auf diese Dinge mit. Ich mache meinen Abschlussplädoyer. Ich denke jetzt aber auch gerade, wenn man jetzt schnell, schnell einen Tumor oder einen Krebs rausschneiden will, was soll sich denn eigentlich an der Ursache geändert haben? Das setze ich jetzt einmal noch ein bisschen ins Fragezeichen. Ich hake da ein. Es kann eine immense Erleichterung geben, das eigentliche Thema anzugehen. Ja, vielleicht auch auf der psychischen Ebene und und und. Aber letztendlich ist die Ursache nie behoben, wenn man nur etwas rausschneidet. Es reicht nicht, aber es kann trotzdem, es kann notwendig sein, damit man die Lösung findet. Selbstverständlich. Deshalb immer gemeinsam, statt einsam zu agieren, innerhalb der Medizin, innerhalb der Ganzheitsmedizin, mit der Schulmedizin zusammen, denken, hätten wir eine wunderbare Lösung. Wir sind eben ein ganzer Mensch. Herzlichen Dank. Gerne. Ihnen auch alles Gute auf Ihrem Weg. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen. Wir sehen uns heute Morgen miteinander. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020